Es war 1,5 Minuten zu spät, da wir darauf gehofft haben, dass der Clown wieder überzieht. Da kann ich, man kann nicht da, Clown nicht da, auch Pause gemacht. Wir haben jetzt noch ein schönes Set der Musik bei euch, dann ziehen wir uns ganz kurz nochmal zurück, denn man konnte auch etwas gewinnen in Bezug auf uns. Und zwar, wir haben gedacht, es ging um ein Treffen mit uns im Backstage, aber es war ein Beat & Greet. Beat & Greet heute, doch kein Treffen, ein Beat & Greet. Ist jemand schon von euch, der das gewonnen hat, hier, oder wie wir schon mal wissen, wie wir da eine große Champagner trinken? Ja, fast Brause, fast Brause heute, wegen der O-Zeit. Also quasi ein Beat & Greet, da ziehen wir uns kurz zurück, aber wir kommen nochmal wieder. Das geht heute hier bis zum Anschlag, obwohl Herr Weber hat gerade schon die Schotten dicht gemacht. Da war es schon zu bei Gary. Aber ihr bleibt noch, oder? Bleibt ihr noch? Das ist gut, wir haben auch jede Menge Musik im Gepäck und wir wollen mal gucken, jetzt wird ganz langsam etwas später. Gute Kaffee zeigen, das heißt, da kann man auch schon mal einen richtigen Rock'n'Roll-Klassiker riskieren. Gebt noch von euch ein bisschen Unterstützung, gebt uns mal ein. Also ihr müsst wirklich alle mitmachen heute. Bisschen, bisschen mehr Energie, ja? Nachmittags, also ihr sollt ein Eisenhoff von Kraft schrotzen. Hört nochmal zusammen und... Genau so, Eddie Conkrid, come on everybody! Oh, come on everybody, now that's got you to get you. Oh, come on everybody! Oh, come on everybody! Oh, come on everybody! Oh, come on everybody! whose scroll��고 ist die Kommune! Oh, come on everybody! Oh, onc allons von euch! Musik 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 Musik